liebe zuschauer schon oft angesprochen carl lauterbach ja gesundheitsexperte nennt er sich und er fehlt ja in keiner talkshow herzlich willkommen bei hallo meinung ein kurzes video ja carl lauterbach war auch an einer studie beteiligt des cholesterinssenkers lipo bei beteiligt an dem medikament dessen hersteller bayer dann zugeben musste es kam zu tödlichen zwischenfällen das war 2001 man kann sagen naja wie lange ist es her aber es zeigt so ein bisschen den charakter des menschen die frühen hinweise darauf dass lipo bei gefährlich war nahm lauterbach damals ebenso wenig war wie seine auftraggeber und schauen wir doch mal wie das seinerzeit honoriert wurde ich kann es ihnen sagen der spiegel hat es veröffentlicht hier haben wir es dabei war ja vor wenigen jahren ist schon ein bisschen länger her dafür bekannt dass er im auftrag der pharmaindustrie medikamentenstudien durchführte über 800.000 euro an drittmitteln heimste er dafür allein im jahr 2000 ein 800.000 euro ist nicht uninteressant so war es auch an einer studie über den fettsenker lipo bei beteiligt jenem medikament dass die hersteller bayer wegen tödlicher zwischenfälle im jahr 2001 vom markt nahmen die frühen hinweise darauf dass lipo bei möglicherweise gefährlich war nahm lauterbach damals ebenso wenig war vielleicht kommen wir mal die neuzeit lauterbach impfstoffe überhaupt kein problem obwohl dieser mann überhaupt nicht sagen kann es kann niemand sagen wie sind die auswirkungen der impfstoffe es handelt sich um neue impfstoffe es handelt sich um impfstoffe die innerhalb kürzester zeit entwickelt wurden impfstoffe deren mittelfristige und langfristige nebenwirkung überhaupt noch nicht berücksichtigt werden können aber da ist es doch mal ganz interessant dass er auch vor geraumer zeit seiner zeit warnungen sogar todes folgen ignoriert hat karl lauterbach wenn ihr denn möchtet folgt diesem herrn blindlings wir haben eine gesundheit betonen möchte ich noch ich habe schon oft gesagt ich bin kein impfgegner ich habe mich in vielen bereichen impfen lassen fsme pneumokokken aber diese impfstoffe haben eines sie haben langzeiterfahrungswerte und das haben wir in diesem bereich nicht und hier müssen wir uns ehrlich machen und lauterbach ja macht euch selber eure meinung bitte teilt dieses video abonniert unseren kanal und es wäre schön wenn ihr uns treu bleibt aber bitte denkt selber pharmaindustrie und geld ist es alles geht es alles mit rechten dingen zu fragezeichen dann gesagt euer peter